halli hallöchen willkommen bei hertha geek freunde und willkommen zur deadline transfer week jetzt geht es ans eingemachte jetzt wird es richtig hot so wie es ausschaut verpflichtet hertha einen neuen links außen ich habe mich gefreut über diese nachricht und gibt einen sehr guten in verteidiger ab darüber reden wir lasst ein like und abo da und wir starten mark oliver kempf so wie es ausschaut zieht es richtung italien aufsteiger como 1907 braucht noch einen richtig guten in verteidiger transfer guru jan lucca die marcio sagt das bereits am montag also heute der medizincheck stattfinden wird sein kollege alfredo pedula meinte eine ablöse von zwei millionen euro plus nachschlag ist im gespräch das ist schon eine ganze menge knatter und kann hertha gut gebrauchen passt ja wir haben genug in verteidiger gechter leistner clemens martin dadai also wird jetzt nicht so ganz doll wehtun obwohl ich kämpfe für diese saison als abwehrchef schon gesehen habe egal muss halt so sein como wird vom ex profi ces fabrikas trainiert also ein name den man kennt das geballte fußball power hinter sie kaufen ganz gut ein was man so hört und sieht die wollen natürlich auch in der liga bleiben so als aufsteiger ok schauen wir mal wann das richtig publik wird wann hertha diese meldung dann raushaut kommen wir zum nächsten positiven tor steinzson ja john daguer tor steinzson was für ein name ist jetzt im anflug heute montag könnte sogar schon vertrag unterschrieben werden wenn der medizincheck positiv ist davon geht man aus er ist derzeit beim belgischen erstligisten oha leuven unter vertrag bis 2025 also wird eine ablöse völlig freunde ja rund 1,5 millionen euro sind da im gespräch er gilt als schneller flügel flitzer den brauchen wir auch ganz dringend ja auf der linken seite und seit 2022 läuft er für den verein in belgien auf und absolvierte 76 spiele dabei schoss er 20 tore machte die ein oder andere vorbereitung das ist schon mal richtig gut für die isländische nationalmannschaft wurden bis jetzt 37 einsätze gezählt bei ihm wo er fünf tore schoss also auch nationalspieler ja mehrere klubs buhlen um ihn ja so heißt es aus england laschester west ham und newcastle sind irgendwie auch dran aber tor steinzson möchte gerne nach berlin zu der hertha also wir haben das rennen gemacht ja er ist 177 groß also jetzt kein kein riese aber ein flitzer und man sagt ja er könnte rese ersetzen ob er ihn komplett ersetzt oder jetzt nur für die zeit wo er verletzt ist ja das wird man sehen weil ich sage immer wieder deadline transfer wiegt da kann auch so viel gehen freunde so viel gehen also dass nichts in stein gemeißelt mit den jungs die wir haben guter erfahrung haben wir schon mit isländer ja also mir fällt dann natürlich jolly die sverson 1 95 kam er zu uns als mittelstürmer von vp stuttgart wurde dann umgemünzt ja umgebaut als in verteidiger und kickte bei uns bis 2003 ja und gehörte damals auch zu den champions league helden 1999 2000 falls es einer weiß wo wir da mal kurz aufschlagen durften ja gehen wir mal noch ganz kurz rüber zu transfermarkt ich weiß jetzt nicht ob man da so viel upsie kann ich ein bisschen größer bäppen so juputupupupupupu vor allem ist interessant wo er ausgebildet wurde nämlich weitestgehend ups, diese Werbung ist heftig, weitestgehend in England bei Fulham ja, also englische Ausbildung harte Kante ja, der weiß, wie das abgeht und ja, hat dann in Dänemark gespielt, bis er nach Belgien verkauft wurde Marktwert momentan ups, 2,5 Millionen wir gucken mal in die Leistungsdaten rein machen wir mal alle Saison und da sieht man dass in der Jupiler Pro League in Belgien läuft gerade da hat er drei Spiele und schon Tor geschossen, ist ja nicht schlecht und in der Saison 23,24 in 28 Spielen 4 Tore 5 Vorbereitungen also auch gar kein schlechter Wert und die Saison davor 22,23 in 31 Spielen 12 Tore 3 Vorlagen Freunde, das wollte ich hören das wollte ich hören also anscheinend auch ein Knipser und ein Flankengeber ja ich freue mich auf den Jungen wirklich er ist 25 Jahre ein tolles Alter kann bei Hertha richtig durchstarten soll sehr beliebt sein ein richtiger Wikinger wie man immer so schön sagt ja ein gestandener Junge ja nicht so nicht so so Mimimi Typ ja ist ja auch mal wichtig passt dann ganz gut bei uns rein ja ich habe ja immer geschrieben wir brauchen noch ein Linksaußen ja ups ein Stürmer und da habe ich mich natürlich sehr gefreut wo ich das gehört habe Freunde wir werden sehen was in dieser Woche noch möglich ist heute Abend habe ich ja Sprechstunde und da werden wir genau über diese Themen reden ja die letzten Transfers ja noch ein bisschen über Tabakovic ja Abgang Kempf ja und jetzt Tor Steinsson werden wir natürlich auch mit reinnehmen viel Gesprächsstoff für die Sprechstunde Freunde ja bis zum nächsten Video bleibt stabil bis denne ciao